MikroPro ist das modulare Stromüberwachungssystem von Murr Elektronik für den 12 und 24 Volt Bereich. Eine elektronische Lastkreisüberwachung, die Last- und Steuerströme überwacht, Grenzlasten signalisiert und im Fehlerfall zuverlässig und schnell auslöst, auch bei langen Leitungen. Beim Einschalten werden kapazitive Lasten von bis zu 30.000 Mikrofarad zuverlässig erkannt und gestartet. MikroPro ist ein modulares System, bestehend aus ein-, zwei- und vierkanaligen Modulen. Sie können beliebig kombiniert werden. Der Auslösestrom ist entweder flexibel einstellbar oder bereits fix voreingestellt. Die Module werden von einem Power-Modul mit bis zu 40 Ampere versorgt. Aus diesen Komponenten kann ein individuelles und genau auf die Anwendung zugeschnittenes Stromüberwachungssystem konfiguriert werden. Das ist wirtschaftlich und flexibel. Ein Brücksystem verbindet die einzelnen Komponenten zu einem geschlossenen System. MikroPro vereint zahlreiche Funktionen. Das spart Platz im Schaltschrank und reduziert den Aufwand für die Projektierung und die Verdrahtung. Die Komponenten sind sehr schmal konstruiert und nehmen dadurch weniger Platz in Anspruch als herkömmliche Sicherungsautomaten. Noch mehr Platzersparnis ermöglicht das integrierte Potenzialverteilungskonzept. Jeder Kanal bietet zusätzlich zur Plusklemme auch eine 0V-Klemme. Die separate 0V-Klemmenebene wird dadurch nicht mehr benötigt. Ein Modul zur Potenzialverteilung ermöglicht den einfachen Aufbau von Potenzialgruppen, zum Beispiel für die Sensorik, Aktorik und andere Bereiche. Ein Kanal kann auf diese Weise beliebig vervielfältigt werden. Auch das bedeutet wieder Platzersparnis. Eine kanalgenaue Schaltfunktion macht es bei den Flexmodulen möglich, Anlagenteile ohne zusätzliche Schütze, Relais oder Optokoppler ein- und auszuschalten. Einfach per SPS-Signal. Große Teile der Koppel-Ebene werden dadurch nicht mehr benötigt. Die neuen MikroPro-Funktionen entflächen die Schaltschrankverdrahtung signifikant. Sie sparen eine Menge Platz. Die Bedienung von MikroPro ist sehr komfortabel. Auch bei vollständiger Verdrahtung bleiben alle Anzeigen und Bedienelemente gut sichtbar und leicht zugänglich. Der Auslösestrom kann komfortabel eingestellt werden, per Tastendruck und ohne zusätzliches Werkzeug. Jedes Modul kann problemlos gegen ein anderes getauscht werden, zum Beispiel, wenn sich die Anforderung verändert. MikroPro bietet umfangreiche Diagnosefunktionen. Der Betriebszustand wird per LED angezeigt und an die Steuerung gemeldet. Erreicht der Strom 90% des eingestellten Auslösewerts, dann blinkt die LED grün. Eine rot blinkende LED signalisiert, dass ein Kanal ausgelöst hat. Eine Aktivierung ist direkt am Modul oder über die Steuerung möglich. Manuell ausgeschaltete Kanäle werden durch eine rote LED gekennzeichnet. Sie können nur am Modul wieder eingeschaltet werden, nicht über die Steuerung. Schaltet die Steuerung einen Kanal ein und aus, wechselt die LED zwischen orange und grün. Wird der Kanal von der Steuerung deaktiviert, leuchtet die LED orange. Alle Diagnose- und Steuerfunktionen stehen am Power-Modul für das gesamte System zur Verfügung. MikroPro. Modular, platzsparend, zuverlässig.